Das Hochdruckdüsensystem TurboFog ist das Ergebnis der konsequenten Drabe-Weiterentwicklung und technischen Optimierung. Eine noch leisere und feinere Vernebelung mit einer Vielzahl von Kombinationsmöglichkeiten zeichnen die neue Produktlinie aus. Drabe TurboFog ist konzipiert für den individuellen Einsatz in unterschiedlichen Anwendungsgebieten. Ob Komfortbefeuchtung in Büros oder industrielle Anwendungen in niedrigen Produktionsräumen oder hohen Hallen, die flexiblen Vernebler-Kombinationen ermöglichen stets optimale Befeuchtungsergebnisse und hohe Wirtschaftlichkeit. Im Vergleich zu anderen Befeuchtungstechniken, wie beispielsweise Druckluft, Dampf oder Ultraschall, wird dank der optimierten Hochdrucktechnologie für die mikrofeine Vernebelung nur ein Bruchteil der dafür erforderlichen Energiekosten verursacht. Und das bei deutlich größeren maximalen Befeuchtungsleistungen. Die Produktlinie Drabe TurboFog umfasst fünf unterschiedliche Verneblertypen, die entsprechend den gewünschten Einsatzgebieten flexibel miteinander kombinierbar sind. Alle Vernebler können mit nur einem einzigen Hochdruckkreislauf betrieben werden. Erweiterungen und Nachrüstungen sind dadurch schnell und kostengünstig möglich. Die Verneblertypen TurboFog 4 bis TurboFog 16 sind für die Wandmontage konzipiert. Die Befeuchtungsleistungen der Verneblertypen wird dabei bestimmt durch die Anzahl der Düsen je Gerät. Die Zwei-Arm-Varianten ermöglichen zudem eine noch flexiblere Positionierung des Sprühnebels, entsprechend den vorhandenen Raumanforderungen. In die Vernebler integrierte leistungsstarke Ventilatoren garantieren eine schnelle und gleichmäßige Befeuchtung. Alle Vernebler sind horizontal und vertikal schwenkbar und damit äußerst flexibel im Einsatz, auch bei niedrigen Raumhöhen. Der leistungsstarke Drabe TurboFog 32 ist für die Deckenmontage speziell in hohen Produktions- und Lagerhallen konzipiert. Die mikrofeine Vernebelung erfolgt über acht seitlich positionierte Hightech-Dralldüsen. Die hohe Befeuchtungsleistung macht das System enorm günstig in der Anschaffung und wirtschaftlich in Betrieb. Trotz der hohen Leistung ist der Stromverbrauch verschwindend gering. Herzstück des Systems TurboFog ist die Hochdruckpulsation Drabe High Pur. Hier wird mit einem Betriebsdruck von 85 Bar der für die mikrofeine Vernebelung benötigte pulsierende hydraulische Wasserfluss erzeugt. Das Drabe-Wasseraufbereitungssystem Per Pur garantiert die störungsfreie und 100% hygienische Vernebelung von ausschließlich hochreinem Wasser. Die Steuerung der gewünschten Luftfeuchte erfolgt über den Drabe-Humenspot. Bei Unterschreitung des eingestellten Sollwertes werden automatisch die TurboFog-Vernebler aktiviert. Ein beleuchtetes Display informiert ständig über die relative Luftfeuchte und die Raumtemperatur.